Zecken – Blutsauger aus der Natur Ihr Hund ist gerne in der freien Natur unterwegs und liebt es, durch Wald und Wiesen zu jagen. Aber in den warmen Monaten lauern dort Zecken im Gras, unter Holz oder niedrigen Sträuchern auf ihre Opfer. Die blutsaugenden Parasiten können Krankheiten übertragen. Im schlimmsten Fall können diese auch zum Tod führen. Zecken ernähren sich hauptsächlich von Blut. Dazu nutzen sie einen hochspezialisierten Stechapparat. Dieser ist mit kleinen Widerhaken besetzt. Mit diesen gräbt sich die Zecke in die Haut des Hundes und saugt sich voll mit Blut. Dabei kann es zu Infektionen kommen. So weit muss es aber nicht kommen. Mit Zeckenhalsbändern können sie vorsorgen. Die verschiedenen Typen funktionieren mit unterschiedlichen Wirkstoffen. Einige haben Duftstoffe, die die Zecken abwehren. Andere geben Wirkstoffe über die Haut ins Blut ab. Wenn die Zecke diese Stoffe beim Biss aufnehmen, töten diese die Parasiten ab. Eine andere Möglichkeit bieten sogenannte Spot-ons. Tragen sie den gesamten Inhalt der Tube unterhalb des Fells direkt auf die Haut des Hundes auf. Die Tinktur wirkt so über die Blutbahn. Trotz aller Vorbeugemaßnahmen sollten Sie Ihren Hund nach jedem Spaziergang regelmäßig nach Zecken absuchen. Sollte sich eine Zecke festgebissen haben, sind der Einsatz einer Zeckenzange und das damit verbundene richtige Entfernen der Zecke entscheidend. Setzen Sie die Zeckenzange möglichst dicht an der Haut an. Die Zecke muss komplett entfernt werden. Der Kopf darf auf keinen Fall stecken bleiben. Durch vorsichtiges Ziehen lässt sich der Parasit lösen. Wenn dennoch Teile zurückbleiben, sollten Sie unbedingt den Tierarzt aufsuchen.